Ich habe Minecraft verändert und bin in der Lage, gigantische Items zu craften. Aber du hast doch nur so kleine Items. Du wirst niemals stärker sein als ich. Da hat der Villager wohl recht. Meine Items sind wirklich klein. Damit es allerdings nicht so bleibt, erledige ich Aufgaben. Und mit Hilfe von den Aufgaben werden meine Items größer. Und das Schlimmste an diesen Mini-Items ist, die sehen zwar stark aus, aber sind super langsam am Abbauen. Ich baue mit einer Diamant-Axt ab, aber es dauert so lange. Es ist super nervig. Aber dieses Holz sollte schon ausreichen für unseren gigantischen Crafting-Table. Denn wenn ich jetzt mein Inventar öffne und mir einen Crafting-Table mache, sehen wir schon, ist das allerdings nur ein ganz normaler Crafting-Table. Bei diesem Crafting-Table handelt es sich allerdings um einen kleinen Crafting-Table. Und genau aus diesem Grund müssen wir ins Inventar gehen, packen jetzt ganz viele Crafting-Table in einen einzigen Crafting-Table. Und wir sehen schon, wir bekommen wirklich einen gigantischen Crafting-Table herausgespuckt. Und schaut euch mal an, wie groß dieser Crafting-Table ist, wenn ich davor stehe. Und mit Hilfe von diesem Crafting-Table werde ich in der Lage sein, alle Items in super groß zu craften. Ja, aber diese Items wirst du niemals bekommen, weil du ein Noob bist. Also hau ab. Diesen bösen Villager werden wir es heute noch zeigen. Aber jetzt craften wir erstmal das nächste Item. Bei dem nächsten Item handelt es sich um eine gigantische Diamantspitzhacke. Und um diese zu erstellen, brauchen wir genau dieses Crafting-Rezept mit 17 Diamantspitzhacken. Ja, aber diese Items wirst du niemals bekommen, weil du ein Noob bist. Also hau ab. Leute, dieser Villager geht mir schon jetzt richtig auf die Nerven, aber wir werden uns jetzt unsere gigantische Spitzhacke craften. Und genau deshalb gehen wir in die Mine, um Diamanten abzubauen. Denn wir haben tatsächlich Glück, denn trotz unserer Mini-Spitzhacke, die wir in der Hand haben, finden wir hier wirklich viele Diamanten. Wir haben bereits jetzt gleich schon neun Diamanten gefunden. Schaut euch das mal an. Somit können wir uns unsere allererste Diamantspitzhacke machen. Und das machen wir einfach mal. Wobei, wir können uns mehrere Spitzhacken machen. Okay, Freunde, wir sehen schon, drei Diamantspitzhacken sind am Start. Es fehlen noch insgesamt 14. Und ich würde sagen, wir besorgen uns nochmal weitere. Denn auch hier habe ich noch eine Kiste gefunden. Hier war anscheinend ein Monster-Spawner. Und auch hier finden wir wieder einige Diamanten. Das ist super. Schaut euch das mal an. Schon jetzt haben wir bereits fünf Diamantspitzhacken. Und auch hier sehe ich nochmal ein paar Diamanten. Also wir sind auf dem besten Weg, die ganzen Spitzhacken zu bekommen. Und hier müssen wir tatsächlich aufpassen. Denn nachdem ich den Lavasee entfernt habe, kommen wir auch zu diesen Diamanten rüber. So, zack. Und auch hier, Leute, werden wir uns die ganzen Diamanten gönnen. Und wir sind wirklich auf dem besten Weg. Also 17 Diamantspitzhacken brauchen wir ja. Aber ausreichend tut es nicht, denn wir haben immer noch nicht 17 Diamantspitzhacken voll. Hey, verzieh dich. Das hier ist meine Minu. Du sollst hier nicht abbauen. Oder willst du etwa gegen mich kämpfen? Ja, ist ja gut. Ich verziehe mich schon. Denn um an die restlichen Spitzhacken zu kommen, habe ich mir einen Pillager-Outpost herausgesucht. Doch leider gefällt es den Pillagern nicht, wenn ich sie besuche. Also müssen wir zusehen, dass wir irgendwie unauffällig in den Pillager-Outpost hereinkommen. Die Frage ist nur wie. Denn ich glaube, so einfach durch den Eingang laufen wird nicht funktionieren, weil die Pillager anscheinend schon zu heiß darauf sind, mich zu attackieren. Oh Gott, Leute. Und wir haben halt gar keine Schutzausrüstung. Oh, Leute. Schaut euch das an. Das sind echt zu viele. Richtig viele Pillager. Greif mich einfach mal an. Wir müssen uns zurückziehen. Und zumindest haben wir es geschafft, sie abzulenken. Okay, die Frage ist nur, was kann ich tun, um dort hereinzukommen? Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dort oben noch ein paar Diamantspitzhacken gelagert haben. Ich werde mir kurz einen Plan überlegen und euch in der Zwischenzeit den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Denn am Ende des Videos schenke ich euch noch Google Play und iTunes Guthaben. Also bleibt bis zum Ende des Videos dran. Dankeschön an Shakes'n'Fidgets, der Sponsor vom heutigen Video. Shakes'n'Fidgets sollten alle von euch kennen. Denn Shakes'n'Fidget habe ich ja schon öfters auf meinem Kanal gespielt. Und momentan gibt es sogar ein ganz besonderes Event. Und zwar das Elevator Event. Wo wir richtig gute Ausrüstung bekommen können. Falls ihr Shakes'n'Fidget allerdings noch nicht kennen solltet. Shakes'n'Fidget ist ein kostenloses Spiel fürs Handy, für den PC, aber auch fürs Tablet. Also ihr könnt es perfekt unterwegs spielen. Denn bei Shakes'n'Fidget müsst ihr euren eigenen Charakter aufbauen. Ihr könnt euch aussuchen, wie der Charakter aussieht. Ihr könnt Shakes'n'Fidget sogar mit euren Freunden kostenlos spielen. Denn es gibt sogar Gilden, wo ihr eure Freunde einladen könnt. Und aktuell gibt es ja auch das Elevator Event, wo man eine Gilde benötigt. Das Elevator Event werde ich euch am Ende des Videos zeigen. Genauso wie einen Google und iTunes Guthaben Code. Gut, deswegen, wenn ihr Bock habt auf Shakes'n'Fidget, könnt ihr gerne schon mal den ersten Link in der Videobeschreibung abchecken. Da könnt ihr euch das kostenlos herunterladen. Und checkt das Ende des Videos auch ab, denn da spiele ich das Elevator Event. Und da sind wir auch schon wieder zurück, Freunde. Denn ich bin nicht faul gewesen, sondern habe in der Zwischenzeit mir ein paar Dreckblöcke geschnappt. Und wir sehen schon, wir können uns jetzt mit diesen Dreckblöcken ganz vorsichtig von hinten rüber bauen. Sodass es halt nicht auffällt. Okay, Freunde, und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal ganz schnell. Okay, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Villager hat mich fast getötet. Ein halbes Herz, ein halbes Herz. Wenn ich mich jetzt hier allerdings ganz vorsichtig reinschleiche und hier auch den Zugang absperre, sollten die Villager mich nicht mehr stören können. Und schauen wir mal nach. Hier in der Kiste haben wir tatsächlich weitere Diamantspitzhacken. Und die werden wir uns einfach mal schnappen. Aber machen wir uns jetzt die gigantische Spitzhacke am gigantischen Crafting Table. Dafür muss ich nur die ganzen Spitzhacken hereinlegen. Und schon sehen wir, die gigantische Spitzhacke. Es hat funktioniert. Schauen wir jetzt gemeinsam nach, ob die Spitzhacke wirklich so groß ist. Und wir sehen, zack, was? Sie ist sogar wirklich größer als ich. Und das ist wirklich verrückt, Freunde. Aber was kann denn diese gigantische Spitzhacke? Denn wir sehen, sie ist wirklich mega groß. Aber kann sie auch irgendwas Krasses? Wir probieren es aus an dem Haus der Villager. Denn die Villager sind tatsächlich gerade draußen aus dem Villagerhaus. Und wir testen mal aus, was passiert, wenn ich hier einen Block abbaue. So, und? Oh mein Gott! Und wir sehen, was? Das ganze Villagerhaus wurde einfach mal mit einem Schlag abgebaut. Also diese Spitzhacke ist wirklich der Hammer. Aber diese Spitzhacke war noch eins der kleinsten Items heute. Denn je mehr Items wir craften, umso größer werden sie einfach mal. Und deshalb machen wir weiter mit dem goldenen Apfel. Denn tatsächlich benützigen wir dafür auch einige goldene Äpfel. Und wir sehen, für einen gigantischen Goldapfel brauchen wir 44 goldene Äpfel. Keiner hat gegen mich eine Chance. Auch dieser Dache wollte mich eingreifen und mich besägen. Aber nicht mit mir. Pat wird noch sein blaues Wunder erleben. Um die insgesamt 44 Goldäpfel zu finden, müssen wir uns in den inneren Teil der Pyramide begeben. Denn ich erhoffe mir, dass wir dort ein paar Goldäpfel finden können. Sondern wir schauen einfach mal nach. Denn das Gute ist ja, wir haben jetzt hier diese megacoole Spitzhacke am Start. Die ultra groß ist übrigens. Ich meine, schaut euch mal an, wie groß diese Spitzhacke ist. Aber, wie gesagt, 44 Goldäpfel ist auch nicht ohne. Deshalb bauen wir uns einfach mal ganz vorsichtig herunter. Und wir sehen schon, das funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Und gucken wir nach, dass wir auch jetzt hier nicht in eine Falle reintreten. Sondern einfach mal die Goldäpfel mitnehmen. Und wir sehen tatsächlich, hier sind einige Goldäpfel, die wir sogar mitnehmen können. Ich zähle gerade schon 8 Goldäpfel. Hier haben wir nochmal 13 Goldäpfel insgesamt. 19 Goldäpfel. Aber leider reicht auch das noch nicht. Hey, warte. Habe ich das richtig gesehen? Held hat verzauerte Goldäpfel? Nein, die muss ich ihm wegnehmen. Das kann nicht sein. Er darf nicht stärker werden als ich. Leute, dieser Villager ist so nervig. Aber ich habe mich davon nicht abhalten lassen. Denn ich bin auch schon auf dem Weg zu einem Tempel. Denn in diesem Tempel sollen anscheinend auch ganz viele Goldäpfel gelagert sein. Denn der Villager hat mir bis auf 9 Goldäpfel alles abgenommen. Aber, wie gesagt, kein Problem. Denn in diesem Tempel sollen wir weitere OP-Äpfel finden können. Okay, okay, okay. Dann schauen wir mal nach. Denn anscheinend müssen wir erstmal ein paar Schalter umlegen. Und dann sollte sich, glaube ich, auch ein geheimer Raum hier öffnen. Gucken wir mal nach. Und hier scheint sich irgendwas getan zu haben. Okay, und ja, das sieht sehr gut aus. Schaut euch das mal an. Hier unter diesem Tempel befindet sich nämlich ein geheimer Raum. Und ich glaube, hier müssten sie sein, diese geheimen Kisten. Und tatsächlich, Freunde, schaut euch das an. Hier haben wir ein paar OP-Äpfel gelagert. Okay, wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen halt immer noch 44 goldene Äpfel. Und hätte dieser Villager uns nicht jetzt einige Äpfel weggenommen, hätte es auch schon ausreichen können. Aber ich glaube, wir müssen es weiterhin auf die Suche machen. Denn ich glaube, auch das wird noch nicht ausreichen. Und schaut euch das an. Wir haben jetzt 26 Äpfel. Denn tatsächlich kenne ich einen Ort, wo wir goldene OP-Äpfel sehr einfach finden können. Dieser ist allerdings auch sehr gefährlich. Und zwar handelt es sich hierbei um die verbotene Drachenschlucht. Allerdings bewacht dort der Eistrache einige Kisten. Denn die Eistrachen sind dafür bekannt, alles kaputt zu machen, was ihnen in die Quere kommt. Jeder Villager begibt sich in Sicherheit, solange er noch kann. Und gerade aus dem Grund müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Denn ich glaube, es ist gerade nur ein Baby-Eistrache hier zu Hause. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Denn wir dürfen auf gar keinen Fall auffallen, Freunde. Ihr habt gerade schon gesehen, was so ein Eisdrache machen kann. Deshalb würde ich sagen, ich schleiche mich einfach mal ganz kurz dran. Und sehe zu, dass wir nicht auffallen. Denn ich sehe schon, wie die Flügel schlagen. Und hier scheint kein Gold-Äpfel drin zu sein. Denn tatsächlich... Oh, hier haben wir Gold-Äpfel drin. Sehr schön. 36 haben wir schon. Und nicht in jeder Kiste muss ein Gold-Äpfel drin sein. So, jetzt aufpassen, Freunde. Aufpassen. So. Wir sehen schon da vorne links. Scheint der Eisdrache auch schon gerade auszuschauen. Vielleicht wartet er sogar auf die Mutter. Ich verstecke mich mal ganz schnell hier hinter. So, zack. Und hier haben wir auch... Oh ja, Freunde. Wir haben hier sogar mehr als genug drin. Ich nehme sogar die ganzen Äpfel einfach mal mit, würde ich sagen. Und Leute, jetzt nix wie weg hier. Denn das hier müssten genug Gold-Äpfel sein, um uns einen gigantischen Gold-Äpfel zu craften. So, und dann schauen wir auch einfach mal nach, würde ich sagen. Wir drücken drauf. Wow! Es hat funktioniert. Ein goldener, gigantischer Gold-Äpfel. Ich meine, schaut euch mal an, wie groß dieser Gold-Äpfel ist. Er ist sogar größer als ich, wenn ich ihn in der Hand halte. Denn genau deshalb bin ich auch schon auf die Wirkung gespannt. Bevor ich den Apfel aber esse, lasst nochmal schnell den Daumen nach oben da, damit der Apfel auch richtig funktioniert. Genau in drei Sekunden werde ich ihn essen. Und ihr liked nochmal schnell. Drei, zwei, eins. Und wir schauen mal nach, was passiert. Und es scheint so, als hätte der Apfel mich einfach mal größer gemacht. Und ich habe anscheinend auch richtig coole Fähigkeiten bekommen. So bin ich auf jeden Fall bereit, gegen den Villager anzukämpfen. Aber hey, hey, hey. Oh Gott, warte mal ganz kurz. Oh Leute, anscheinend hat dieser Effekt nur für zehn Sekunden gehalten. Das ist ärgerlich. Deshalb machen wir weiter mit dem nächsten Item. Hey, da hinten scheint ja dieser Pet zu stehen. Lasst uns mal näher rangehen. Und es scheint so, als hätte der immer noch kleine Items. Ey, Pet, verschwinde deine Zeit nicht. Das wird eh nichts, du kleiner Schwächling. Freunde, ich muss irgendwie schaffen, diesen Villager zu besiegen. Es kann nicht sein, dass er mich immer wieder nervt. Aber ich habe eine richtig gute Idee bekommen. Denn ich werde mir Hilfe holen. Denn das nächste Item, was ich mir besorge, ist ein gigantischer Wolf. Und um diesen gigantischen Wolf zu craften, benötige ich einige Items. Und zwar sehen wir unter anderem Fleischknochen und eine Leine. Ich benötige definitiv 13 Knochen und 8 Fleisch. Und deswegen machen wir uns mal auf die Suche nach ein paar Skeletten. Und wir sehen schon, hier haben wir auf jeden Fall einige Skelette am Start. Und ich denke mal, dass wir sie auf jeden Fall alle besiegen können. So, zack. Die Frage ist halt nur, wie viele Knochen werden wir hier herausbekommen? Wie gesagt, wir brauchen 13 Knochen. Das ist gar nicht mal so wenig. Mein Vorteil ist, dass die Skelette angefangen haben, sich selbst anzugreifen. Also das macht es auf jeden Fall deutlich einfacher. Und wir sehen schon, hier liegen auf dem Boden ganz, ganz viele Knochen. So, ich zähle 9 Stück. Habe ich hier irgendwas übersehen? So, mit etwas Glück müsste das jetzt unser letztes Skelett sein. So, und ein letzter Schlag. Komm, 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 komm. So, bitte. Und wir sehen, jawohl, Leute. Und bei den Kühen geht es allerdings deutlich schneller. Denn wir sehen schon, ich habe bereits 8 Fleisch am Start. Leute, das ging ja wirklich super zügig. Allerdings benötigen wir noch das letzte Item. Und zwar eine Leine. Und diese Leine besorgen wir uns jetzt bei den Slimes. Denn wir sehen schon, hier sind einige Slime-Blöcke, die auf dem Boden liegen. Und ich denke mal, wenn wir so 8 Slime-Bälle haben, sollte es auf jeden Fall ausreichen. So, zack. Und wir sehen schon, hier 7 Slime-Bälle. Okay, Leute, das reicht schon eigentlich aus. Ich würde sagen, dann machen wir uns ganz schnell die Leine. Und schon sehen wir, haben wir einfach eine Leine bekommen. Und mit genau diesen Items gehen wir jetzt zum gigantischen Crafting-Table. Wir müssen die Sachen einfach nur hereinpacken. So, und schon sehen wir, wie einfach mal die Sachen im Crafting-Table landen. Sehr, sehr schön. Und hier sehen wir, zack, der gigantische Wolf wurde einfach mal gecraftet. Und wow, ich bin begeistert. Schaut euch mal an, wie gigantisch dieser Hund ist. Ich bin nicht mal so groß wie sein Fuß. Aber okay, ich bin jetzt sehr gespannt. Denn wir werden einfach mal jetzt unseren Hund hier an die Leine nehmen. Zack. Jetzt muss unser Hund uns auch verfolgen, ob er möchte oder nicht. Das ist das Gute daran, auch wenn er so groß ist und weglaufen könnte. Denn ich frage mich tatsächlich, ob wir unseren Wolf gegen den Villager antreten lassen können. Sodass der Villager uns endlich in Ruhe lässt. Denn tatsächlich befindet sich der Villager in der Nähe vom Hund. Und vielleicht können wir es schaffen, dass der Hund anfängt, den Villager zu beißen. Um ihn dann im Anschluss zu eliminieren. Ich würde sagen, ein Versuch ist es definitiv wert. Deswegen würde ich sagen, komm, Hundi. Wir versuchen, den Hund einfach mal auf den Villager zu locken. So. Und ich hoffe, dass es funktioniert, Freunde. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Okay. Oh Gott. Hund, hilf mir. Hilf mir. Du hast dir jetzt schon einen riesigen Hund gecraftet, um mich zu besiegen. Pet, auch ein Biss von einem Hund kann mich nicht abhalten. Weißt du was? Ich werde mich dafür an deinen Hund rächen. Oh, Leute, Leute, Leute. Der Villager hat einfach mal einen Wolf getötet. Seht ihr ihn einfach mal hier auf dem Boden liegen? Ach, das ist so ärgerlich. Aber der Villager war nicht der Allerschlauste. Denn er hat eine Sache vergessen mitzunehmen. Und die befindet sich dort hinten. Tatsächlich war der Villager so doof. Und er hat einfach mal sein Diamantschwert hier liegen lassen. Und zwar kein ganz normales Diamantschwert, sondern ein XXL-Diamantschwert. Und dieses XXL-Diamantschwert werden wir uns selbstverständlich jetzt mitnehmen. So, dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Und Leute, wie krass ist das denn? Ich meine, schaut euch mal an, wie groß dieses Diamantschwert ist. Es ist einfach so groß, dass es sogar in meinen Kopf hereingeht. Also wirklich, ich habe noch nie so ein unfassbar großes Diamantschwert gesehen. Und Freunde, damit werden wir auf jeden Fall den Villager gleich schlagen. Er wird keine Chance gegen uns haben. Denn was wir jetzt machen ist, wir craften uns die finale Rüstung. Bevor wir uns allerdings die Rüstung machen, befindet sich dort hinten tatsächlich der Villager. Und er schaut einfach nur in die Ferne. Vielleicht können wir doch versuchen, ihn mit seinen eigenen Mitteln jetzt mal zu schlagen. Ich möchte mich auch an meinen Hund rächen. Sondern ich würde sagen, wir greifen ihn einfach mal an. Und gucken mal, ob wir ihn jetzt vielleicht sogar schon besiegen können. So, komm her, komm her, komm her, Villager. Und zack, zack. Oh Gott, oh Gott, der ist ziemlich stark, er ist ziemlich stark. Eieieieiei. Oh Leute, nein, 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 nein. Das kann ich nicht eingehen, das Risiko, das kann ich nicht eingehen. Ich werde abhauen vor dem Villager. Ja, natürlich. Erst mal angreifen und dann wegrennen. Wenn ich dich in die Finger kriege, erlebst du das kein zweites Mal. Aber schauen wir nochmal nach, was wir für diese richtig kranke Rüstung benötigen. Denn um den Villager zu besiegen, scheinen wir ganz viel Ausrüstung zu benötigen. Ganz viele verschiedene Buspanzer und Helme. Aber das werden wir jetzt machen. Denn um an weitere Diamanten zu kommen, versuche ich, die Diamant-Golems zu besiegen. Denn wir werden genug Ausrüstung benötigen. Und ich meine, mit diesem wunderschönen Schwert sollten wir auf jeden Fall in der Lage sein, gegen Diamant-Golems anzukommen. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen mal in den Angriff rüber und greifen mal hier ein paar Diamant-Golems an. Es ist ganz unterschiedlich, was die anscheinend droppen. Aber hier sehen wir schon, die ersten Diamanten wurden gedroppt. 19 Diamanten. Tatsächlich wurde mir nicht zu viel versprochen. Okay, so, wir greifen weitere Diamant-Golems an. Und, oh, da kommt der Nächsten. Und schon haben wir 38. Und wir haben... Okay, hier wurde leider anscheinend nichts gedroppt von diesem Diamant-Golem. Wir sehen einfach mal, wie viele Diamanten uns hier solche Golems geben können. Und ja, auch hier, Freunde, sehen wir schon über ein Stack Diamanten. Also wir können uns definitiv gleich diese ganze Rüstung machen. Machen wir uns auch schleunigst hier einen Crafting-Table. Und craften uns erstmal die Diamant-Ausrüstung. Allerdings fällt uns relativ schnell auf, dass das wirklich lange dauern wird. Denn genau hier sehen wir gerade das Crafting-Rezept. Und um an so viel Diamant-Ausrüstung zu kommen, müssen wir uns was anderes überlegen. Denn um an die Diamant-Ausrüstung zu kommen, muss ich einen Multiplikator bauen, der mir die Sachen verdoppeln kann. Um die Rüstung jetzt allerdings zu multiplizieren, müssen wir ein wenig tricksen. Dafür müssen wir allerdings erstmal ein Laufband erzeugen. Dafür platziere ich einmal hier und hier einen Schalter. Und wenn wir das Ganze jetzt miteinander verbinden, sehen wir schon, haben wir ein Laufband erzeugt. Und mit diesem Motor werfen wir die Maschine an. So, wir sehen schon, jetzt könnten wir theoretisch schon die Items draufwerfen. Zack. Allerdings würde jetzt natürlich noch kein Multiplikator funktionieren. Denn jetzt würden die Items einfach nur herunterfallen. Möglich macht das nämlich einen Minecraft-Trick. Dafür packen wir den Hopper einmal hier an die Kiste dran. Und jetzt müssen wir hier ganz klebrige Kolben platzieren. Dann kommen hier einmal diese Target-Blöcke hin. So, und jetzt müssen wir die Magie beginnen lassen. Denn wir sehen schon, wenn ich jetzt einmal hier einen Redstone-Repeater platziere, ihn gleich einmal anwerfe, allerdings nur ganz kurz und dann wieder abbaue, müsste es eigentlich schon funktionieren. So, zack. Einmal hier, einmal hier. Und jetzt machen wir das an und aus. An und aus. An und aus. Okay, sehr gut. So, und jetzt müssen wir allerdings noch zusehen, dass die Items nicht herunterfliegen können. Das ist das Allerwichtigste daran. Und jetzt müsste eigentlich, sobald ich hier einmal das ein bisschen schneller einstelle, zack, und jetzt ein Item hier drauf werfe, es anfangen so richtig zu reiben. Und wir sehen tatsächlich, weil wir sehen, das ist ein Minecraft-Bug. Und zwar werden hier die Blöcke abgetragen. Und dadurch müssten die Sachen mehrfach multipliziert werden. Aber gucken wir einfach mal nach. Und wir sehen schon, dass hier Stau ist in der Kiste. Und tatsächlich, seht ihr das? Die ganze Kiste ist voll. Das ist ja der Hammer, Freunde. Schaut euch mal an, wie cool das ist. Richtig nice. Und selbstverständlich machen wir das auch nochmal mit dem Brustpanzer. So, auch er wird jetzt hier einmal durchgelockt. Zack, einmal reingeworfen. Und auch diese Kiste müsste jetzt voll sein. Und tatsächlich, Freunde, wir sehen, auch diese Kiste ist voll. Und damit werden wir uns jetzt die ultimative Rüstung craften. Aber wird das Craften jetzt bei diesem Crafting-Table auch funktionieren? Wir probieren es aus. Denn wir sehen, wir packen alles in den Crafting-Table rein. Und tatsächlich, schaut euch mal diese mega kranke, gigantische, riesige Rüstung an. Und schaut euch an, wie groß diese Rüstungszeile sind, wenn ich sie in der Hand halte. Und was passiert, wenn ich diese Rüstung anziehe, seht ihr, nachdem ich das Gewinnspiel heute auflöse. Und euch den Google Play und iTunes Code verrate. So, und da sind wir in Shakespeare unterwegs. Und ich werde euch auch gleich den Google Play und iTunes Guthaben verraten. Deswegen bleibt dran. Wir gehen allerdings zuallererst in den Elevator. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Und wir sehen, schon beim Elevator-Event müssen wir nämlich gemeinsam mit der Gilde versuchen, so viele Stockwerke wie möglich zu schaffen. Ich kann jetzt gegen so einen Monster kämpfen. Kann jetzt hier unten rechts auf Kämpfen drücken. Zack. Und natürlich, die erste Ebene ist noch super einfach. Aber die nächsten Stockwerke werden immer und immer schwieriger. Und wir bekommen immer mehr Höllenmarken. Und je mehr Höllenmarken wir haben, umso mehr Belohnungen bekommen wir auch am Ende. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, auch das Elevator-Event zu spielen. Und wir haben ja auch nochmal so Tickets. Denn nur mithilfe von diesen Tickets sind wir tatsächlich in der Lage, immer weiter in die Stockwerke zu kommen. Denn jeder Kampf kostet mich einmal ein Ticket. Um genau zu sein, nennt man sie halt Schlüsselkarten. Aber für einen Kampf muss ich auch eine Schlüsselkarte geben. Jetzt habe ich zum Beispiel keine Schlüsselkarte bekommen und habe dementsprechend nur noch 10 übrig. Und ich sammle auch immer weiter Höllenmarken, die mich zu meiner Belohnung führen. Aber ich belohne jetzt erstmal euch, denn das hier ist der Google Play Code. Könnt ihr einfach benutzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und ich zeige euch noch gleich den iTunes-Guthaben-Code. Denn beim Elevator-Event, wie gesagt, versuche ich möglichst weit zu kommen. Ich überspringe die Kämpfe jetzt ganz gezielt, damit ich mal schauen kann, wie weit ich noch komme. Also sieben Schlüsselkarten habe ich noch. Und ich bin schon bei Stockwerk 20 von 500, muss man dazu sagen. Und ich glaube, so langsam habe ich jetzt die letzte Karte verloren. Also jetzt glaube ich, könnte es soweit sein. Ja, ich habe jetzt... Jetzt kann ich noch mit Pilzen theoretisch weiterkämpfen. Wenn ihr auch Pilze habt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Bis wir halt jetzt in 30 Minuten eine neue Schlüsselkarte bekommen. Ich gebe euch jetzt nochmal den letzten Code, und zwar iTunes-Guthaben. Ganz viel Spaß dabei. Und checkt, wie gesagt, Jackson Fidget in der Beschreibung ab. Könnt ihr kostenlos zocken. Wow, denn nachdem ich diese Rüstung angezogen habe, bin ich ein unfassbar großer Gigant geworden. Denn eine Rechnung haben wir noch offen mit dem Villager. Und das würde ich jetzt gerne machen. Denn wir sehen schon nach vorne... Warte mal, ist das hier nicht der Villager? Und auf einmal ergibt er sich sogar und möchte gar nicht mehr kämpfen. Aber weißt du was, Villager? So, du hast mich genug geärgert. So, weg mit dir. Zack, da ist er gestorben. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal für mehr solche Videos. Bis dann und ciao.